Ich will das schon aufmachen? Naja, wisst ihr doch nicht. Habt ihr einfach ein Käses involviert? Ich hab das hier, ja. Halt das mal kurz in die Kamera, so dass wir damit keinen Kopf erkennen. Nee, so rühren, genau. So. Winnie Pooh und Old Shedder Hand. Ich würde hier wirklich eines von diesen Getränken sehr gerne nehmen, aber ich weiß einfach nicht, welch sich nehmen soll. Ah, ist einfach eine schöne Straße. Robin, die Autofahrer müssen hier echt aufpassen. Hä? Warum? Denn hier sind überall Schlaglöcher. Dieses mit dem Haare umwandeln, das gibt's doch voll gar nicht. Voll unrealistisch. Das ist doch Science Fiction. Jo, was machst du denn da? Ich baue hier grad das Ebelhaus. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt hier so Tentakel. Dann hätte ich the power of the sun in the palm of my hand. Guck doch mal, Malin, diese Optik hier. Die ist richtig umwerftend. Na, Malin, wie stehst du zu den ganzen Tieren hier? Schabe. Schabe, kein Bock mehr. Ja, bewegt sich halt nicht. Aber da ist eine Schabe. Ich würde den Jog nicht machen. Gut, kennst du diese Politiker, die aus der Hohlerde kommen? Diese Echsen-Things? Also, ich muss das jetzt kurz festhalten. Hier, da ist ein offenes Tor. Das hat niemand bemerkt. Malin, hier ist ein wertvoller Rohstoff. Ja, gib's mir. Alter, was ist los? Willst du boxen? Ich guck dich oben, ich brachte dich aus der Rüstung. Komm, wir boxen, komm. Du bist doch dieser Mike Dyson, oder? Malin, jetzt mach doch mal ein dummes Wortspiel mit diesen Süßigkeiten hier. Mach doch mal. Bitte. Fuck, ich hab's verkackt. Bitte. Ach, hi Robin. Na? Kann ich auch mitspielen? Ne, das ist meins. Ich geb dir davon nichts ab. Weil du bist so ein richtiger Legoist. Malin, kannst du bitte das Essen bezahlen? Ich hab nämlich kein... Spargeld mehr dabei. Nach so einem warmen, heißen Tag in Japan erstmal eine Runde Nord Stream 2. Ich war's nicht. Ja, äh, ich hab diesen Käse hier gewohlt. Der war im Angebot. Gazi-Käse. Der ist ziemlich nice. Ich teile den hier immer so in zwei Hälften. Und dann mach ich da so verschiedene kleine Gazi-Streifen. Schön wird heute gekocht hier. Robin, Robin. Schön wird gekocht. Pass doch auf mit dem Öl. Nicht, dass das alles hier auf dein T-Shirt spritzt. Das ist doch heiß. Hä? Aber das... Nimm doch lieber deine Frank-Shürze mit dazu. Ach so, das ist natürlich vernünftig. Guck mal. So kocht sich's gleich viel besser. So, und damit sind jetzt alle Clips aus Japan leider verbraucht. Es wird wohl Zeit, dass es mal was Neues gibt. Jetzt gibt es aber erstmal wie jeden Montag und Mittwoch mich live auf Twitch heute 20 Uhr, wenn ihr Bock habt. Kommt vorbei und wir können gerne nochmal eine Review machen von den ganzen Japan-Videos. In diesem Fall freue ich mich auf euch. Ansonsten danke für Support zu Bord, danke für alles und bis zum nächsten Video. Der Gag kam mich so an, ich hab einen rohen Xi Jing Ping. Was hast du? Einen rohen Xi Jing Ping? Einen hohen. Wegen IQ oder was? Ne, einen hohen Ping. Das dort ist... Ach so. Witzig. 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 Bis zum nächsten Mal.